Diese Fehlermeldung kennt wahrscheinlich jeder von uns und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe wirklich die Nase voll davon. Ich will es nicht mehr sehen. Und ja, hier ein kleiner Tipp, wie man die ganz schön umgehen kann. In dem Fall für den Chrome-Browser kann man Erweiterungen installieren, wie ihr vielleicht wisst. Sucht einfach nach Stealthy-Tarn-Modus. Und das ist eine Erweiterung für den Browser, die man installieren kann. Man klickt einfach auf Hinzufügen. Es sind ein paar hundert Kilobyte, dauert ein paar Sekunden, installiert sich automatisch. Man geht wieder zurück zu diesem Video und nachdem man diese Browser-Erweiterung installiert hat, sieht man hier im oberen rechten, neben der Browser-Zeile, im oberen rechten Feld ein kleines Flugzeug, was jetzt noch rot ist. So, wenn man draufklickt, wird aus dem roten Flugzeug ein grünes Flugzeug. Und alles, was man tun muss, ist, die Seite neu zu laden und schon geht das Ganze. Man kann sich das von der GEMA gesperrte Video anschauen, wenn man eine vernünftige Z-Verbindung hat.